hallo und willkommen zum portal 2 singleplayer workshop heute mit upstream der aufstrom kann das wohl alles werden aha da sollte ich nicht runter ok da kommt ein würfelchen da gibt es eine brücke auch würfel kommt erst wenn ich das war ja was anderes der hat gar keine verbindung wenn ich ehrlich bin schöne musik hier könnte man irgendwann mal ja mit einer brücke rüber beziehungsweise eigentlich auch nicht schade dann erst mal so rüber wer weiß was das mir jetzt bringt wie kann ich denn da jemals was gegen drücken das wird ja auch sehr interessant von da schon mal nicht es sei denn der grill geht noch weg und dann ist das auch gleichzeitig der ausgang der ausgang und dieser grill interessant gut jetzt gehe ich erst mal da hole ich den würfel tja erstmal in die richtige höhe kommen wird schwierig ich höre die ganze zeit in strahl wo ist der strahl eigentlich aber hier so das heißt es hat mir das jetzt geholfen mit der brücke rüber zu gehen so hier könnte man ja auch rein tja dann würde ich gerne da drin sein was ich niemals sein kann warte kann ich von hier drin was also was ich natürlich schon sein kann ich kann ja mal hier reingehen wie wäre es denn da mal damit dann das ist auch nicht doch na klar das ist das ist easy da kann ich den strahl nehmen hier ist so eine markierung als wenn man hier irgendwann mal was macht gut also mit dem strahl sich rausdrücken lassen dann den würfel holen der aber ach so ja der wahrscheinlich nur einmal kommt oder sich mal beobachten was habe ich denn jetzt davon jetzt bin ich hier oben kann einmal den würfel ach so der fällt ja gar nicht ins bodenlose okay dann gehe ich noch mal rum und mache ihn da drauf weiß ja nicht also auf jeden fall gehe ich noch mal rum das sagt mir mein gefühl gerade der würfel muss jetzt an so einen platz wo an den einzigen platz wo es sinnvoll ist ihn mal hinzulegen auf einen knopf wenn ich da stehe kann ich wohl nicht viel machen oder oder kommt der würfel ach so doch kann ich okay jetzt ist die frage wie starte ich den würfel im strahl und schaffe den weg hier hin vielleicht muss ich ihn irgendwann mal irgendwo abgelegt haben halte ich aber für unwahrscheinlich vielleicht nehme ich ihn mal mitnehmen kann ich ihn nicht ähm was jetzt gehe ich noch mal darüber jetzt lasse ich mal hier liegen ich komme komme da raus das bringt ja alles nichts komme ich wieder runter zur brücke wenn ich hier rauskomme käme ich käme ich dass ich mit der brücke da raus gehe auf irgendeine art schwierig ehrlich gesagt da müsste man einmal da gedrückt haben vielleicht sollte ich das doch zuerst probieren aber das ist ja gerade meine schwierigkeit hihi kann ich von hier drin irgendwo nach draußen schießen ne ne dann könnte man sogar so treffen so gehe ich wahrscheinlich zum ende ach ne ne da muss ja was gedrückt bleiben das ist ja überhaupt die große frage wie komme ich am ende zum ausgang ich muss ja da was drücken da vielleicht rauskommen durchkommen was auch immer ganz schön schwierig ähm tja kann mir nicht vorstellen dass der würfel da zwischen geparkt wird das sieht so verdächtig aus hier und es ist auch zu hoch um mit dem würfel da hoch zu springen abgesehen davon dass ich hier glaube ich kriege ihn hier nie rein in diesen bereich so jetzt kann ich gerade nichts treffen achso wenn ich den würfel jetzt drauf gehabt hätte hätte ich mich selber durchdrücken können vielleicht wäre das ja mal gar nicht so schlecht gewesen dass man ihnen alles ist besser als wenn er hier einfach nur rumliegt sag ich mal so dann wäre ich allerdings auch nur hier ich weiß nicht was das dann bringen soll ach doch ich weiß es also ich habe eine ahnung aber müssen wir gucken ne moment jetzt gehe ich wieder mit dem strahl raus genau wie ich es eigentlich gerade schon hatte jetzt kann ich diesen diesen move mit der brücke kann ich jetzt lassen kann ich jetzt lassen aber gleich kommt er denn meine idee wäre jetzt aber ich habe keine ahnung ob das jetzt richtig ist aber auf jeden fall kann ich jetzt mit der brücke mal ersetzen den würfel neu rufen zur quelle gehen den würfel nach hier oben mit ja doch da geht einiges so jetzt geht dieser grill wieder zu aber das ist mir egal jetzt kommt der würfel neu und liegt da unten ich hole ihn mir und ich habe so das gefühl dass es hier um die kreuzung geht das ist wieder so eine angelegenheit die jetzt gerade mal achso stimmt ja gar nicht warte 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 ich kann ihn einfach an die quelle legen dann können wir das ein bisschen weniger heikel machen denn ja obwohl so oder so schwierig ne jetzt wollte ich ja was wollte ich denn jetzt schaffen jetzt wollte ich den würfel da starten das ist ja auch blöd ne oder ich wollte ihn wollte ich ihn bisher noch nicht aber wollte ich ihn in die quelle reinlegen könnte auch so eine lösung sein schwierig obwohl ich komme ja jetzt hier runter ich weiß eigentlich nicht wie ich dann darüber komme aber ich probiere mal was ich habe jetzt diese jetzt habe ich ehrlich gesagt zu weit vorne schon hingelegt aber gut jetzt habe ich dieses portal jetzt kann ich den strahl machen den würfel durchbringen so jetzt drückt der da aber was hilft mir das jetzt könnte ich ihn wieder mit dem mit der brücke da halten ah doch es geht es geht ja so dann ist jetzt hier sind alle möglichen grills zu aber das ist nicht so schlimm denn durch die entscheidenden komm ich da achso kann ich da wieder nicht durch richtig shit okay wir tauschen wieder aus ich nehme wieder warte da kommt ja ich nehme wieder den strahl mach den ausgang wieder auf komm wieder hier an und müsste jetzt hier aussteigen können nicht wahr oh je das ist aber oh ja doch das soll so sein also das ist extra so eine ecke dass ich das schaffe so und wozu habe ich da achso damit ich runterkomme zur brücke ja man musste hier ein zweimal die quellen wechseln fand ich gar nicht schlecht und da fällt er oh gleich die tür zu zu ist die tür was was ist denn jetzt los warum denn das jetzt weil ich in der tür stand so nochmal neu jetzt mache ich keinen fehler jetzt funktioniert auch alles ja schöne kleine kammer wie gesagt mit dreimal hin und her switchen der quelle das gibt jetzt mal das däumchen und dann mache ich gleich noch eine turrets of time du geschütze der zeit was hat das mit time zu tun habe ich ein zeitportal ich habe oh oh da geht es runter ich habe da ein turret irgendwas ist passiert oh hier mache ich den grill weg da kann ich dann rüber gehen allerdings kann ich auch hä was ist denn das ach so hier wird ein würfel liegen das wird ja interessant vielleicht ist das auch nur ein rückweg da unten falls ich es verhaue okay dann gucken wir mal dann gehe ich jetzt mal erst mal ah da ist ein pfeil da gibt es einen würfel okay dann gehe ich mal darüber das ist ein rettungsdingens das will ich mal nicht machen wie gibt es denn den ach so ach so okay dann gehen wir zurück mit dem tschüss du siehst mich nicht jetzt trifft das wenn ich die quelle wechsel dann habe ich den würfel der mir was macht der da irgendwas macht oh den weg zum turret macht zum glück hat der sich nicht nochmal neu gerufen okay dann jetzt wieder so zurück noch ist es also das heißt es ist ein laser würfel der aber noch nicht benutzt wird ich bin ich bin noch nicht wahnsinnig das werde ich anders machen ich werde den hier rüber bringen und ups okay ich denke das turret ist am scheiße das war super dumm jetzt gerade ich wollte sagen das turret ist am allerschnell au am allerschnellsten erledigt jetzt muss ich allerdings mal so die portale wischen so so oder turret wird doch wohl jetzt oder wird das neu hingestellt oh nein okay warte dann dann muss ich es vom timing her so abpassen ach so und zwar von der anderen seite ach du schreck wird doch nicht so leicht ähm warte 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 so abpassen dass ich es mir irgendwann greifen kann das heißt der würfel muss aber da drüben sein muss so treff oh kann das sein das ist verdammt knapp ähm trifft das? das trifft nicht okay das ist super knapp hier aber das muss so funktionieren also erstmal so also jetzt gehen da die turrets weg und wenn eins anfängt zu britzeln laufe ich eigentlich los oder? von der anderen seite kann es nicht funktionieren ich opfer erstmal ein paar ich bin dazu bereit was man jetzt nämlich machen muss ist also erstmal stehe ich jetzt hinter ihm jetzt drehe ich den so dass er mir nicht mehr gefährlich wird so weit so gut ähm jetzt kommt ehrlich gesagt die Frage wie kommt man da jemals runter? äh was soll das? was macht das? so das warte mal hätte das nicht auch von hier aus geklappt? ja hätte es egal das machen wir jetzt mal so wo das der Surfel hier trifft und fährt das dann achso habe ich jetzt wieder keine andere Fläche zur Verfügung? warte mal dann machen wir ein Nullportal draus und dann ist es egal ob ich von rechts oder von links treffe oh da ist noch mehr was kommt denn da noch? dann nehme ich nochmal das falls ich noch eine weiße Fläche bekomme und den Würfel nachholen muss achso ach das ist ja scheiße jetzt könnte ich natürlich äh was jetzt könnte ich natürlich den Laser weg machen aber dann komme ich auch nicht mehr hoch also so mache ich ihn nicht weg aber warte mal warte mal muss ich irgendwas machen wie ich ihn nur von einer Seite treffe? also das Turret spielt oh das Turret spielt eine Rolle es spielt eine Rolle es es spielt eine Rolle es wird nochmal gebrutzelt habe ich so das Gefühl ach du Schreck was heißt denn das? der Würfel geht nochmal hier rauf aber wo stelle ich es hin dass es mir nicht gefährlich wird? also es dient ja als so eine Art Timer ja wollte ich sagen und es kann jetzt hier in der Linie stehen wo der Laser dann durchgeht ich glaube das ich glaube das ist eine gute Idee ja Ruhe wäre mir auch ganz lieb ich hoffe du bleibst wirklich ruhig so jetzt machen wir wieder äh Nullportal ja das ist ja eine coole Idee wie man zum Glück auch durchschauen kann so einmal da holen dann einmal von der Seite wo dem Turret noch nichts passiert dann von der Seite dann dauert es einen Moment bis das Turret gebraten ist hä wo dann geht der Laser wieder durch ah da kommt schon das nächste nein ich bin weg nette kleine Map kriegt auch ein Däumchen und noch eine ich muss sagen ich bin jetzt relativ mittendrin in seinem Workshop oh Monoportal Map in seinem Workshop eingestiegen deswegen die davor waren alle so hm ja ja so Serial aber die habe ich dann jetzt mal im Endeffekt in für die Aufnahme übersprungen okay also hier kriege ich meinen Autoportal darf ich hier wieder hoch nein nur mit Würfel wahrscheinlich und ich höre schon wie einer ständig fällt und da auch unterbricht richtig ja okay aber ich stelle ja das Portal nur um so nein verliere ich sowieso wieder wo fällt er denn da fällt er oh je was macht das was was ist das den Würfel manchmal kann ja auch da unten abfangen so ist ja nicht nee das macht hier was ach das macht den noch ein Würfel ach du Schreck okay ich fange mir erstmal den oder ich hole mir erstmal den schöne Musik jetzt komme ich hier raus jetzt habe ich ihn hier an der Quelle jetzt könnte ich natürlich irgendwie ich weiß aber nicht wie ihn hier rausholen kann ich irgendwie rüber konnte ich da was machen nö oder vielleicht mal in die andere Richtung gehen nein kann ich nicht okay hier ist auch nichts weiter außer der Würfel das kann ich so nicht retten tja da fällt der andere hier müsste ich mal irgendwie den Laser reinbekommen das ist ja alles gar nicht so leicht oh ach so hier ist was nee Rettungs Rettungsdingens shit wie komme ich hier nicht wieder weg äh den Würfel hier drin zu haben bringt ja wohl auch nichts okay großes Problem jetzt gerade wenn ich ehrlich bin achso nee warte mal ich kann ihn ja hier hochbringen darum geht es jetzt hier okay aber der kann jetzt zwar hier sitzen aber der kann sonst nichts schalten also was ich machen kann ist hier mal so halten aber das ist nichts in der Sache würde ich sagen so warte wenn ich achso ich könnte oh da weiß ich aber nicht ob das klappt ich könnte ihn hier bereit legen und ihn mit der Brücke hochziehen glaube ich nicht so ganz dran ah ja okay ha dann trifft der okay jetzt kann ich mit der Brücke rüber so ich habe immer die Brücke ne und ich lasse den jetzt mal hier liegen weil der als nächstes drücken wird jetzt ist die Frage gehe ich oh gehe ich hier runter und mache da die Brücke ich probiere es mal ja dass der hier nicht fällt sehr cool ne oh da muss ja getroffen werden das heißt der Laserwürfel muss hier hin oh das wäre dann fürs Ende okay jetzt muss ich aber den achso das geht ja hier jetzt muss ich den hier zurück bekommen das ist witzig jetzt macht man wieder auf was macht man ups was macht man jetzt jetzt möchte man den Laserwürfel wie mache ich denn das Laserwürfel soll da hin und die Brücke soll da kommen ist das richtig achso da muss ja nur der Laserwürfel ne ich muss ja gleich jetzt wieder rüber der Laserwürfel wieder zur Quelle wie schaffe ich denn das hier unten ja wohl nicht ich müsste ihn mit ne müsste ich ihn mitnehmen ne was kann ich von hier drüben machen ich kann da zur Quelle wieder reingehen diese Verbindung herstellen jetzt fällt er wieder achso ah jetzt hat er den anderen wieder gerufen ist auch nicht gut oh vielleicht muss der noch irgendwie den Laser blockieren an irgendeiner Stelle glaube ich allerdings gerade nicht so richtig ich brauche den brauche ich gar nicht hier ja das ist blöd den brauche ich eigentlich hier es sei denn er soll sich nochmal selber rufen weil der verschwinde wie kriege ich den jetzt wieder zur Quelle und bin selber da drüben das ist gerade mein Problem also ich muss ja hier rüber gekommen sein und wenn jetzt die Brücke verschwindet muss irgendwas mit dem Laserwürfel passieren dass ich ihn hier kriege ich ihn nicht durch dass ich ihn an der Quelle habe wie hätte das jetzt gehen können achso warte mal ich muss ihn da haben oder um aufzunehmen ist auch Quatsch da aufzumachen wie soll ich ihn darüber bekommen ist ja noch schwieriger äh aber warte mal von der Seite mache ich ja auch nochmal auf hat mir allerdings bisher noch nie was gehört mache ich auf ne habe ich nicht gemacht ne hier ist zu ich habe nie aufgemacht wenn ich da das Portal geschossen habe warte mal hatte ich nicht am Anfang irgendwie das Portal umgeschaltet komme ich da nochmal hin zurück äh oh oh da ist ja noch viel mehr das müsste ich mir jetzt mal angucken ähm ich nehme den jetzt mal hier weg weil ich habe jetzt den anderen an der Quelle das gefällt mir eigentlich ganz gut aber was ich mit dem mache weiß ich gerade nicht so recht ich lege ihn hier hin dass er den nicht neu ruft so beziehungsweise ich achso ich kann ihn ja gar nicht anheben ja das ist alles ein bisschen blöd ich lege ihn das wird es auch nicht bringen kann ich ihn mitnehmen ich muss nochmal runter das Schlimme ist ich darf jetzt selber hier nicht irgendwie Mist machen so ich habe jetzt ich habe jetzt könnte jetzt die Brücke so machen aber das bringt ja gar nichts könnte den ich könnte ihn auch nicht reinholen ach ja siehste hier war der Anfang und hier musste ich eventuell noch einen Würfel hin ach du Schreck okay warte mal jetzt kriege ich das ja wieder nicht hin Momentchen mal ach ja 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 kaputt gemacht das ist gar nicht so ohne gerade so erstmal wieder aufmachen dann den erstmal abfangen dann aber vielleicht ach jetzt kann ich wieder nicht das unglaublich wieder nicht dieses Portal weg machen so ein scheiß was heißt denn das hier kann ich jetzt nicht schießen dann habe ich nicht mehr die Verbindung ein ich komme jetzt hier gar nicht runter gerade das ist ja voll eklig wie schaffe ich es da runter mit Würfel da geht er nicht durch ich muss ihn von oben fallen das sieht doch fast so aus als wenn wo habe ich ihn jetzt ihn von der quelle aus zu holen bringt auch nichts ich muss ihn in diesem raum drin haben aber wenn ich jetzt nochmal auf mache dann muss wer weg jetzt habe ich zwar den Laser der durch geht bringt mir aber nicht viel der kommt dann da an also mit dem weiß ich noch nicht so recht was zu machen aber falls irgendwann mal der Laser so kommt keine Ahnung lege ich ihn hier hin weiß noch nicht so recht was es wird aber ich vermeide jetzt den anderen Würfel neu zu rufen damit ich die Brücke hier nicht benutzen muss das weiß noch nicht was ich mit dem Kram da unten anfangen soll auf jeden Fall so siehst jetzt könnte ich ja jetzt könnte ich zwar wieder die Brücke machen aber was hilft dann habe ich den Laser da drin ich will jetzt umschalten warum auch immer beziehungsweise erstmal hochkraxeln wenn ich jetzt hätte ich da den Laser machen sollen warum soll ich denn hier unten einen Würfel haben warum hier komme ich doch gar nicht gescheit zurück jetzt das ist doch das macht die Sache ja viel schlimmer warte mal was war das der Ausgang ich brauche einen ja toll naja ich achso ich hätte doch die Brücke irgendwie haben müssen warte mal wie kann ich denn ist das jetzt der Moment wo ich den oh nein wo ich den Rettungsanker drücken muss oh nein kann ich den überhaupt drücken Hilfe Hilfe Nein Scheißdreck was ist denn das jetzt jetzt habe ich wieder die Brücke ah ich muss die Brücke haben ja ja okay oh Gott Hilfe so also jetzt habe ich die Brücke oh nein ich glaube er hätte da liegen müssen verdammt er hätte wieder aufmachen müssen ich hätte die Brücke noch haben müssen aber in dem Moment wo ich umschieße fällt der ja oh ist das kompliziert wenn ich jetzt hier schieße ist wieder alles wie vorher außer dass ich den nicht neu rufe ach man das ist ja ein Elend wenn ich jetzt hier durchgehe ja dann habe ich was ist jetzt mein Autoportal mein Auto logischerweise dieses also das orangene dann habe ich zwar immer noch die Brücke aber der Feld schaltet um auf dieses Autoportal was mir herzlich wenig hilft weil ich wieder da nicht rüber komme aber das andere hilft noch weniger weil ich da nicht zum beiden Würfeln zum Ziel komme oh ist das kacke ey warte mal ich teste das jetzt mal also wenn ich jetzt wenn ich jetzt hier blau schieße dann habe ich gleich die Verbindung nach da unten ja Mist und wenn ich jetzt wieder so mache habe ich gar nichts doch habe ich wieder es geht halt hin und her jetzt hätte ich wieder oben auf auf gemacht man scheiße ich glaube ich muss noch mal warte das ist gar nicht so schlecht die Verbindung nach da unten zu haben wenn ich jetzt hier zurück gehe ja aber jetzt ist der leider wieder ungünstig da ach man scheiße nein ich mache alles kaputt ich mache alles kaputt nochmal von vorne das ist eine miese nummer hier so ich wollte ihn da nicht mehr liegen haben weil er den neu ruft aber das ist ja gar nicht schlimm schlimm ist dass ich die brücke erst brauche und dann oder erst brauche und dann nicht mehr brauchen das gibt es doch gar nicht also jetzt brauche ich sie wenn ich jetzt die brücke umschieße habe ich nichts gewonnen wenn ich den mit rein nehme ach so warte mal ich nehme ihn mit rein ich gehe jetzt nee nee absolut gar nicht ich nehme den jetzt weg irgendwie nehme ich ihn jetzt weg weiß aber nicht wohin ich habe nicht so viele Möglichkeiten wo sollen der bleiben er darf hier nicht in der Mitte sein ich laufe als nächstes durch den Grill und möchte den anderen von der Quelle holen den hier kann ich nicht von kann ich den jemals in die Quelle reinkriegen indem ich wieder ah nein ach man was muss man denn am ende schaffen man muss bin mir ziemlich sicher dass man da die brücke haben muss mit dem laser würfel drauf der dann da trifft klar weil der laser dann ja durchkommt also der laser würfel muss letztendlich dahin der normale würfel wird auch mit genommen also das beste wäre jetzt wenn ich hier bin und die sind beide an der Quelle aber wie kriege ich jetzt den laser würfel an die Quelle weil so kann ich ihn nicht mitnehmen ach so warte mal ich hab doch die brücke nee es hilft auch nicht viel ich hatte ihn zwischendurch schon mal hier liegen gehabt hier wird er ja gar nicht hoch genommen ach es geht ja hier gar nicht durch nee 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 also das bringt nichts das bringt nichts ihn jetzt hier liegen zu lassen bringt nichts danach fällt er und wird den anderen rufen warte hab jetzt gerade überlegt ob der hier ob der andere ob man den knopf irgendwie dauerhaft drückt indem der andere jetzt da drunter aber dann ruft er sich ja sofort neu das kann nicht gehen dass man das aufrecht erhält wie soll das gehen also dass der jetzt hier fällt bringt mich nicht voran dann habe ich das gleiche was ich vorher hatte also darf er da nicht liegen da kriege ich ihn nicht rein da kriege ich ihn rein aber dann habe ich das hier nicht also muss der irgendwo erstmal sinnlos liegen behaupte ich aber auch so richtig sinnlos so richtig sinnlos sei denn er kann nochmal so aufmachen aber dann müsste ich den laser da holen und da rausschießen und das geht niemals weil das niemals autoportal also nee das ist doch ein blödsinn echt so jetzt darf ich gar nicht hier schießen dann habe ich wieder die brücke und komme nicht runter also ist das doch der moment hä wie habe ich das vorher gemacht jetzt schaffe ich ja gerade weniger als vorher jetzt komme ich hier nicht an hä ach das kann doch gar nicht sein was mache ich denn jetzt hier wieder wie hatte ich den denn hier unten mal hatte ich den hier oben abgelegt wie soll das passiert sein wann soll das wie passiert sein wenn man seine eigenen Moves wieder mal nicht mehr kennt nein ach komm mach so einmal gerettet hier abgelegt lag der hier war das so nochmal durch gegangen nochmal aufgemacht den hier ungefährlich hingelegt aber auch noch nicht reingelegt leider das bringt nichts ich lege ihn trotzdem so hin das ist doch das beste was ich bisher hingekriegt habe den mit runter zu nehmen das muss doch eine andere möglichkeit gibt es ja gar nicht oder mit dem jetzt hier hinten kraxeln so dieses portal umschalten wo wo ist jetzt zuletzt mein blaues habe ich noch ein blaues ich habe kein blaues gerade also entweder gleich umschalten was ich nicht glaube dann käme ich nur da raus oder jetzt erst mal die brücke haben das erscheint doch total sinnvoll jetzt die brücke haben aber alles andere gibt keinen Sinn sobald ich jetzt umschieße muss ich den jetzt über das portal da unten hin bringen und dann was machen es ist übrigens gar nicht so schwer den hier rein zu bringen an die quelle aber alles andere ist blöd so der ist jetzt da unten schaltet jetzt um auf unten rausche ich die aus aber das ist doch hier auch nicht sinnvoll ach nein jetzt bin ich auch noch da unten jetzt kommen wir erst gar nicht mehr raus oh man was scheiße nein nein Hilfe warte 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 wenn ich jetzt wieder um tausche jetzt kann ich so beide da oben rein wollte ich das nicht geschafft haben einerseits ja andererseits nein ich wollte sie beide an der quelle haben aber jetzt kriege ich wieder die die Brücke da nicht rüber sage mal wie soll denn das jetzt wieder gehen scheiße das ist doch alles scheiße jetzt kann ich mit dem warte mal warte mal ich kann jetzt nee ich kann eben nicht rüber und dahin ist doch furchtbar wie selbst das ist mir jetzt echt höchst unklar scheiße hätte ich das von unten schaffen oh nein nein solange sie noch da waren ich hätte den da hin ich hätte den laser würfel da rein bringen müssen nein nein weil da hätte er auch ganz normal liegen können in der oh nein och nö och nö ah Leute ich näher mich aber nur ganz ganz langsam ich glaube ich mach nochmal alles neu fürchtig ja ich mach nochmal alles neu ach das ist ja ein elend also ihr wisst warum ich den checkpoint nicht benutze ne zumindest sind das alles kleine schritte die dann schnell rekonstruiert sind ich will diese schöne musik nicht verlieren ist einfach so so einmal muss ich ihn retten der muss weg oder wie hatte ich den jetzt gemacht ich kann mir das alles nicht merken wenn ich jetzt reingehe ist quatsch dann habe ich ihn zwar an der quelle komme aber nicht mehr rüber ne ne ich muss jetzt erstmal den runter bringen den laser würfel rein bringen und den laser würfel hier hoch bringen so jetzt und das interessante ist ja man tauscht hier irgendwie oder wie war das jetzt äh die portale aus warte mal wenn ich jetzt durch gehe hier habe ich das portal unten so war das genau dann nutzt man das jetzt oh ist ja auch wieder ne ist nicht schlecht ich gehe jetzt mit dem runter bring ihn da hoch oh das ist da steckt ja unglaublich was drin so jetzt kann ich den hier mal lassen und der macht dauerhaft auf jetzt müsste ich was einfaches geschaffen haben jetzt wiederum habe ich zwar die verbindung nach oben aber kann sie sie nicht nutzen warte 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 mal warte mal warte mal jetzt bin ich wieder hier oh nein jetzt komme ich jetzt auch wieder nicht ach doch 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 warte mal jetzt kommt wieder die sache mit der brücke oder 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 jetzt komme jetzt komme ich hier rüber jetzt nehme ich den mit rein auch nicht ich muss ihn an der doch an der brückenquelle muss ich ihn lassen dann gehe ich da wieder rum und hole ihn da so ist es doch er ist ja jetzt an der brückenquelle oh mein gott warum war das so kompliziert so habe ich es dann jetzt ich denke schon ich hole mir jetzt gleichzeitig die brücke den würfel und den laser oh wow ey das ist ja richtig krass fand ich schon ordentlich gerade diese autoportalkammern und wenn sie noch so klein sind die sind richtig happig daumen hoch dafür das war wirklich sehr gut sehr sehr gut sustain mache ich mal noch was heißt denn sustain ich will nichts falsches raten okay da trifft ein laser dann gehe ich da hoch interessant und dann dann müsste man sich ehrlich gesagt eine brücke setzen können oder so oder wie soll man das sonst nutzen das ist auch wieder eine ganz eigene musik auf jeden fall muss ein würfel hier hoch damit der vielleicht noch mit dem laser trifft okay oh ist sie das dann ist sie überschaubar so das blöde ist ich kann jetzt hier um die ecke erstmal wo gibt es denn den würfel gibt es überhaupt einen würfel da gibt es den würfel wie kommt der würfel hier rüber und wie fange ich ihn dann ab fange ich ihn ab das war jetzt ein bisschen blöd von mir also laser geholt so hier haben wir den laser würfel ja da komme ich noch hoch zur brücke ich sag ja ich brauche irgendwie die brücke da raus komme ich hier irgendwie hoch so kann ich sie schon mal nicht holen das ist alles verglast na jetzt wird es ja interessant ich kriege die brücke erst wenn ich oh warte mal die mache ich da auf so jetzt ist zwar da offen aber wie komme ich denn bitte an die brücke ran scheiße oder soll ich jetzt ganz schnell warte mal ich hole da und hole da und muss da treffen ich könnte jetzt vielleicht nee auch nicht das hier war der würfel selbst dass ich den würfel auflöse dachte ich gerade aber ist auch quatsch achso umgekehrt dass der würfel da drauf zielt ja nee warte mal was wollte ich jetzt machen ich wollte da oben treffen wenn ich jetzt den laser hole fahre ich mich hoch ach oder schaffe ich den sprung das ist ein panel sprung ja ok den schafft man tatsächlich aber was hilft einem das was hilft einem das jetzt stehe ich hier oder hätte ich da reingehen können dass ich jetzt wenn ich schnell bin mit orange tatsächlich diesen weg schaffe ok aber mein nächstes problem ist ich gehe hier rein und komme nicht wieder raus muss also jetzt wieder da getroffen oh das kriege ich auch hin wieder da getroffen haben jetzt komme ich wie am besten egal eigentlich mit der brücke raus oh man muss aber ja das ist gar nicht so leicht oh jubi ne weiß ich noch nicht ganz was ich daraus mache wo will ich jetzt raus kommen will ich da unten raus kommen oder hier oben ich würde sagen erstmal hier oben unten kann ich immer noch hingehen so jetzt bin ich erstmal wieder hier und habe eine brücke komme aber leider nicht darüber dann war nämlich das problem dass ich um da hochzufahren mit dem laser tja mit dem laser wieder irgendwie treffen müsste und dann ist aber die brücke weg wenn ich den würfel weg hole habe ich zwar da ein portal mehr zur verfügung warte mal warte mal ich probiere mal was anderes ich probiere mal den würfel mit hoch zu nehmen allerdings ja das habe ich befürchtet geht das hier nicht scheiße aber jetzt liegt er erstmal hier kann ich daraus jetzt was machen konnte ich ihn von da oben von da konnte ich ja von da kann ich den laser holen laser holen und auf machen ok jetzt ist der laser würfel hier kann da treffen aber das hilft nicht so viel es sei denn ich kann da hinten ja doch kann ich ja von da hinten kann ich wieder treffen ok sehr cool das heißt oh oh nein ich schon wieder aber doch das geht das geht ich gehe da runter schieße den laser da raus dann stimmt ja gar nicht ich muss ja da hoch fahren hilfe hilfe verdammt jetzt würde ich hoch fahren jemine ach das ist scheiße wie mache ich das wie mache ich das ich will da hoch fahren kommt dann doch der laser da raus und ich nehme den Würfel mit von da könnte ich da nochmal treffen das hilft ja alles nichts da jetzt zu treffen ist relativ blöd weil dann der Würfel neu kommt das Ende ist nochmal scheiße habe ich jetzt die Brücke schon sinnvoll benutzt überhaupt wofür brauche ich sie überhaupt bin da einmal rüber gelaufen jetzt oder bin ich um den Würfel hoch zu bringen glaube das war es habe schon überlegt ob der Würfel hier irgendwo liegen muss und dann fällt aber das ist alles ganz schlecht ich brauche den Würfel ganz zum Schluss und ich kann ihn nicht einfach nochmal abfangen und dann darüber gehen also das kann es nicht sein wie könnte man jetzt da neu treffen von da unten jedenfalls nicht kann der anders befeuert werden ah ne auch nicht das ist auch ja gut warte mal der muss treffen da ne der muss ok er darf erst nicht treffen und dann muss er treffen das heißt das beste wäre wenn man da unten steht und irgendwie das wäre dann wenn der Würfel da liegen würde dass man den Laser da rausschießt da trifft sich hoch fährt sowas aber warte mal warte mal warte mal kann ich jetzt aufmachen und ist alles blöd alles blöd da irgendeine Verbindung rein außer die mit dem Laser das ist ja der Laser so jetzt wäre ich unten ja jetzt habe ich keine chance mehr hoch zu schießen verdammt der Würfel muss da liegen habe ich so das Gefühl wie kriege ich den erstmal dahin ich habe es doch am Anfang einmal geschafft ohne Würfel oder ich musste da treffen oder war das schon mit es war mit Würfel der lag da unten oder ja ich habe diese Fläche genommen scheiße natürlich blöd dann kannst es nicht sein okay was was ist hier der Trick wie wollen wir jetzt irgendwie da raus kommen wie kann der Würfel da hoch kann ja noch nicht mal kann ja noch nicht mal da mit der Brücke raus weil ich jetzt da nicht auf die Quelle rauf komme wie scheiße ist das soll der Würfel hier irgendwo liegen was treffen glaube ich ja nicht kann ja nicht den Laser hoch bringen kann nicht den Laser und die Brücke hier gleichzeitig oben haben weil ich beides über Portale hole das ist ganz schön kacke ich hatte doch schon mal es geschafft dann will ich jetzt leider nochmal einen Schritt zurück gehen wie hatte ich das geschafft also am Anfang bin ich so hoch gegangen dann bin ich hier rüber gesprungen hab die Verbindung gehabt das ist schon mal gar nichts wert so weil dann ist auch alles zugleich wieder der Würfel lag unten genau das ist alles einfach nur ungünstig wow was für eine miese kleine kammer weiß jetzt schon wieder nicht mehr wie ich weiter gemacht hatte unglaublich so aufgemacht so aufgemacht jetzt sind wir wieder am gleichen punkt außer dass ich jetzt vorher glaube ich mit der ne auch nicht das kann doch alles nicht wahr sein mit der brücke den Würfel hoch geholt hatte war das hier ne das war hier aber spielt das eine Rolle wo es war warte mal ich könnte hier natürlich ne jetzt bringt nichts hier habe ich beides gleichzeitig aber das hat mir direkt nichts geholfen ich hatte ihn hier nur abgelegt aber man kann es schnell wieder rekonstruieren was zur Hölle passiert denn jetzt hier wie kommt man denn da gescheit raus also wenn der Würfel einmal da liegt dann hätte ich aber vielleicht ist es das auch gar nicht weil ich wüsste jetzt nicht wie ich entweder mit dem Würfel in der Hand da hoch fahre weil ich ihn ja dafür da brauchte für die Aktion hat es wieder was mit einem Nullportal zu tun in dem Fall eigentlich nicht würde ich sagen ich muss den Laser da holen und da reinschießen das kann ich nicht vorbereitet haben wenn ich da stehe mindestens eins muss ich noch schießen ein Portal also ging es doch nur über eine Würfel Verbindung so dann haben wir das bringt mir herzlich wenig dann muss ich erst unten sein dann muss er treffen wie kriege ich ihn irgendwo weg über die Brücke kann es jetzt auch nicht funktionieren dass er hier schwebt dann hat er nicht gleichzeitig den Laser ich kann ihn aber auch schlecht über die Brücke ich müsste jetzt den Laser hier haben also um den Laser oben hin zu kriegen ob Würfel oder nicht brauche ich ja ein Portal so das könnte natürlich auch dieses Portal sein wie ich schon hatte dann warte sind wir wieder oben haben dann könnte ich jetzt auch irgendwie da das Pendant haben dann habe ich so die Brücke aber das hilft nichts dann komme ich hier wieder nicht rein ist ja schrecklich ich denke nicht dass man was durch ein durch ein Portal zurück werfen muss ja also zumindest nicht schräg irgendwie denke nicht dass ich jetzt hier den Würfel greife und schnell dahin hechte das geht nicht was mache ich mit dem Würfel wie hilft der mir was ich noch nicht machen kann ist dachte noch irgendwie den Laser zu also wie gesagt Würfel opfern will ich einfach nicht hier an der Stelle will ich nicht weil ich mein Ziel ist jetzt ihn dahin zu bringen und wenn er hier neu kommt kann ich ihn da nicht hin bringen wie zur Hölle komme ich mit dem Würfel da hoch kann kann ich den irgendwo wegkriegen dass er irgendwie liegt und ich ihn dann wegkriege oder ich was mit dem portal schaffe das gibt es doch nicht selbst wenn ich die Brücke jetzt habe ich komme doch nirgendwo gescheit hin was hat mir denn diese Brücke bisher gebracht nicht viel wirklich gar nicht viel das kann doch inzwischen nur noch was mit irgendwie einer das kann nichts mit einer Opferung zu tun haben schnell das nicht wie fahre ich da jetzt hoch soll der Würfel jetzt da drin liegen aber ich ich sehe keine Möglichkeit diese Brücke dahin zu bekommen absolut gar nicht ich muss damit ich da hoch fahre ich kann dieses Portal nicht vorhersetzen weil ich erstmal um die Brückenquelle zu haben muss ich hier offen haben und hier habe ich nur offen wenn ich da treffe und da treffe ich nur wenn ich den Laser irgendwie hier hoch bekommen habe und das geht nur mit Portalen allein deswegen kann ich da kein Portal okay das hat jetzt eine Weile gedauert warte oder naja ist jetzt vielleicht auch nicht so das gelbe vom Ei aber um es mal zwischendurch ausprobiert zu haben ja es gibt ja noch die Möglichkeit mit der ich leider nicht selber hochkomme aber so kann man was stabilisieren toll was achso ne auch nicht scheiße jetzt habe ich gedacht halte ich den da wenigstens mit der Brücke aber ne ist auch nicht angesagt ach das ist doch alles ein Elend ey jetzt kann ich hin und her schießen das bringt mir nichts und da oben komme ich nicht ran hat mich das gerade kein Stück weiter gebracht jetzt komme ich ja da auch nicht rein also das bringt ja gar nichts man außerdem habe ich jetzt ein ganz anderes Problem naja der fährt jetzt wieder runter was kann mir denn das helfen gar nichts jetzt stehe ich hier unten ich müsste ich weiß gar nicht wo ich sein müsste ich glaube es kommt langsam noch eine Idee das hat aber lange genug gedauert es müsste jetzt endlich mal mit der lichtbrücke zusammenhängen ne das ist schlecht komm nochmal zu mir und zwar ich meine wie komme ich sonst hoch ich glaube ich muss nochmal von Anfang an machen was was war das jetzt hier oh ne da treffe ich da oben das passt beziehungsweise auch wieder nicht warte mal einmal so einmal unterbrechen so jetzt kommt er da oben raus das ist wieder der Anfang ich gehe hoch ich mache auf ich komme raus ich warte mal jetzt in dem moment habe ich ja die lichtbrücke ha jetzt pass mal auf geht das kann ich den würfel mal bereit legen der muss noch gar nicht da hoch der geht jetzt erstmal hier hin das ist eigentlich den schritt hätte ich mal weiter verfolgen sollen so der ist jetzt bereit gelegt ich gehe hoch und zwar zwangsläufig in diesen raum rein kann man auch mal über die schiene hier machen so ich würde sagen ich gehe jetzt hier durch und mache vermutlich wieder neu auf also laser holen jetzt machen genau das von oben das war das was mir fehlte jetzt macht da gleichzeitig auf und ich kann tatsächlich die verbindung herstellen hätte ja nicht für möglich gehalten so das heißt jetzt ersetzen wir mit der lichtbrücke dann fährt die plattform runter weil ja der laser nicht mehr da ist aber ich habe den würfel und ich würde sagen erstmal schieße ich die weg damit ich das hier in Ruhe obwohl nee ist gar nicht so schlecht wenn ich sie da habe denke ich mal dann habe ich nämlich weiß ich genau wo der laser kommt sofern die sich jetzt nicht also der laser würfel sich jetzt nicht verzogen hat naja passt schon das wird getroffen das wird auf jeden fall getroffen und ich fürchte ich muss noch mal runter aber ich bin auch gleich wieder da also ich muss jetzt den laser holen wenn ich jetzt runter gehe ich kann die nämlich da schießen und fahr mich hoch ist doch so jetzt muss ich ein bisschen aufpassen dass ich hier nicht den würfel neu rufe jetzt kommt die brücke erstmal da warte ist auch nicht gut haben wir jetzt wieder das nächste problem soll ich jetzt brauche ich jetzt wieder das null portal ich muss ja hier stehen den laser haben und ihn da rausschießen das heißt ich darf da noch nicht schießen und wenn ich jetzt erstmal nur den laser hole obwohl ich könnte ihn da oben rausschießen ach ich komme nochmal von oben mit null portal oder ich habe die portale gerne anders rum das wird da wohl klappen heißt ich hole den laser mit null portal jetzt wird es natürlich gefährlich wenn ich hier das passt schon das passt schon dann stehe ich da unten hau den laser da raus der trifft über den würfel da und fährt mich hoch ja das muss klappen geht ja jetzt darum dass ich den laser habe juhu oh und dann einfach nur umdrehen aber das war das war ein cooler move hier wie man da eigentlich zweimal wie man am anfang einmal eingestiegen ist und da raus kommt und wie man später raus zu kommen den würfel zu halten und so also was für eine kammer ich bin beeindruckt und sie hat mich kurz ausgenockt sage ich mal es ist ja immer so ein move den du nicht siehst und das kann dann dauern super also richtig tolle erste Folge von seinem workshop hier sage ich mal und mal gucken was ich da noch so mache also ich mache es jetzt bis zum Ende und da könnte mal die eine oder andere kommen die dann auch wieder fies wird und eine ist glaube ich auch dabei die sogar richtig fies wird die kriegt wahrscheinlich ihre eigene Folge lasst euch überraschen ich bin an der Stelle mal raus die Folge ist voll oder mehr als voll und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin Tschüss